Hier bist du richtig Du bist Gott wichtig Ohne dich Geht das nicht Das ist doch ganz klar Hier bist du richtig Du bist Gott wichtig Ohne mich Geht das nicht Jawohl, Freitag sind wieder Schatzseger Boah, ich bin ein bisschen zu spät schon Ich stehe noch gar nicht mehr da Bin ich der Erste Komisch Wo sind denn die ganzen Namensschild Da liegt ja nur meins Ja gut, dann nehme ich halt mein Namensschild mit Hast du noch gar niemand da Die müsste doch eigentlich alle schon da sein Ich bin doch hier schon ein bisschen später Ähm Wahrscheinlich die Action Station Die hier einfach Freitags immer aufgebaut ist Haben wir die vergessen Ich schau mal nach der Station Ah ja Ich geh mal was zu Trinken holen Ähm Ähm Warum ist eigentlich hier auch niemand Normal ist ja immer eine Wachstuhlstation Keine Ahnung wo die alle sind Vielleicht niemand Dann schau ich nochmal in der Halle Ob ich da noch jemand kenne Gut, Wachstuhlstation Action Station ist auch keine aufgebaut Eigentlich stand heute auf dem Programm Als es da drüben ein Bobbycar Parcours gibt Da vorne wäre eigentlich Fische Angeln gewesen Ja und die Nerf Station Dahinten im Eck Die ist auch nicht da Was ist denn da los? Warum ist denn niemand da? Das ist jetzt echt komisch Ähm Und Wenn du mir die Bühne so anguckst Da ist unaufräumend Da steht ein Schlagzeugmüll drin Da sieht es heute auch nicht aus Als es wieder irgendjemand Gitarre spielen und anspielt Wird es auch keins geben Das ist jetzt echt Weiß jetzt auch nicht was da los ist Hallo liebe Schatzjäger Herzlich Willkommen beim YouTube-Kanal Vom CVR dem Hochstädter Wie ihr gerade gesehen habt In der Halle ist nicht viel los Freitags sind keine Schatzjäger Eigentlich wären wir jetzt Nach Ostern auch auf Freizeit gefahren Aber das hat sich leider auch erledigt Aber trotzdem Möchten wir euch ein bisschen Angebot präsentieren Wir möchten mit euch ein paar Sachen basteln Ein paar Blumen basteln Mit Schere, Papier, Kleber Habt ihr alle daheim Möchten wir euch ein Bastelangebot Zur Verfügung stellen Und was natürlich auch nicht fehlen darf Ist die Bibel Daraus möchten wir euch auch Ein paar Geschichten erzählen Wie es stattfindet Wissen wir selber auch noch nicht Wir überlegen uns gerade Wann die Videos kommen Wie sie kommen Lasst euch einfach überraschen Und ich freue mich jetzt schon drauf Wenn wir uns nach dieser Zeit Wieder hier an der Halle sehen Zur Schatzjägerzeit Hier bist du richtig Du bist Gott wichtig Ohne dich geht uns nicht Das ist doch ganz klar Hier bist du richtig Das ist doch ganz klar Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal